Hallo und herzlich willkommen zum 90. Lampelger Simulator Part. Ja, ich habe ein kleines Problem mit meiner Tonspur gehabt und ich synchronisiere jetzt leider für euch gerade nach. Das ist ziemlich schade, finde ich, weil eigentlich habe ich mich darauf gefreut, dass jetzt die Parts mit Carvon wiedergekommen sind. Also Carvon hilft uns gerade. Wir hatten große Probleme mit dem Server, vielleicht hat sich das deshalb nicht so ganz verstanden und ich habe jetzt auf jeden Fall keine Tonspur, deshalb muss ich das Ganze nachbesprechen und dann auch noch die nächsten drei Parts müssten das sein. Danach ist dann erstmal wieder der Markus am Start und zu Part 100 wird dann wohl der Carvon wieder anwesend sein und das Ganze habe ich jetzt dummerweise auch erst gerade gemerkt, beziehungsweise vorhin und ich weiß gar nicht, ob dieses Video jetzt noch pünktlich kommen kann. Das Video ist relativ groß, das wird wohl so vier Stunden Upload brauchen. Das heißt, dass ihr den Part 90 wahrscheinlich erst heute Abend bekommt und ja, wie soll ich sagen, das ist ein bisschen blöd. Ich sehe gerade, es gab gestern zwei Parts, deshalb kam das wahrscheinlich ein bisschen unangenehm und deshalb werde ich den 90. Part, denke ich, auch nicht mehr heute machen. Heute ist der 7., also Mittwoch und der kommt wohl erst am Donnerstag, weil ich hier gerade sehe, aus irgendeinem Grund kamen gestern zwei und deshalb bin ich jetzt so überrumpelt. Und ja, was gibt es sonst so Neues? Ich bin ab dem Samstag nicht mehr da, beziehungsweise für eine Woche nicht da und da wollte ich ein bisschen erzählen, was dann kommt. Es kommt täglich Landwirtschaftssimulator Hardcore, natürlich mit Markus und dann kommt, glaube ich, sogar noch nächste Woche Part 100, beziehungsweise am Wochenende müsste ich aber eigentlich schon wieder zu Hause sein. Es kommen verschiedene Sachen, die so noch nie kamen. Ich habe ein bisschen mir verschiedene Sachen überlegt. Es kommen zum Beispiel bald Gruseln mit Guten, wird sich das Ganze wahrscheinlich nennen. Da werde ich dann ein bisschen Amnesia spielen, da gibt es dann längere Parts, aber die gibt es dafür dann nicht so oft. Dann habe ich noch einige andere Simulationen rausgekramt und davon kleine Testvideos gemacht. und wir haben den, nach dem 16. oder nach dem 15. Server-Tagebuch werde ich aufhören mit den Server-Tagebüchern, einfach weil ich dann weg bin, erstmal eine Woche in Urlaub und ich kann dann schlecht gleichzeitig, ja, Server-Tagebücher hochladen und das ist ein bisschen blöd. Und, ja, aktuellere Sachen gibt es dann halt in dieser Woche nicht. Die habe ich alle größtenteils jetzt schon aufgenommen und die laden aktuell hoch und enkodieren und so weiter. Das mache ich eigentlich im Moment den ganzen Tag. Und für die Mod, also, bläh, jetzt habe ich schon fast verraten, ja, es gibt Mod-Empfehlungen nächste Woche und die kommen nämlich für das Server-Tagebuch, sage ich mal. Also jeden Tag wahrscheinlich eine. Vielleicht schaffe ich es noch viel mehr aufzunehmen an Mod-Empfehlungen. Dann werde ich vielleicht das Ganze auch auf mehr als eine Woche machen. Mal sehen. Ich freue mich auf jeden Fall drauf. Es gibt dann jeden Tag eine ausführliche. Also die sind schon mal ein paar Minuten länger. Ich glaube, die, ja, nicht ganz so lang wie ein Part, aber es sind schon längere Videos. Und ich hoffe, ihr habt damit Spaß mit diesen Mod-Empfehlungen. Das sind wirklich, ich mache das Ganze dann teilweise als Vergleich, dass ich mir zwei ähnliche Schlepper hole, einer ähnlichen Klasse, die miteinander vergleicht die Mods. Und ich glaube, das kann echt interessant sein für den Zuschauer, ja. Und eventuell springt ja am Ende für euch da ein schöner Mod bei raus, den ihr dann im privaten Spiel verwenden könnt. Auf jeden Fall, ich finde das gerade schrecklich, dass ich das Ganze nachbesprechen muss, weil das macht immer so viel Arbeit, weil eine Tonspur anpassen und alles ist schon ziemlich ärgerlich. Wahrscheinlich werde ich mir im nächsten Part einen Gast einladen zum Nachkommentieren. Aber da müsst ihr jetzt auch gar nicht in die Kommentare schreiben. Ich möchte gerne mal dabei sein. Das wäre ja nicht umsetzbar, weil ich die Sachen alle heute nachsynchronisieren muss. Da werde ich dann gleich jemanden fragen. Ich habe, glaube ich, schon eine Idee, wenn ich frage. Aber dann gibt es halt erstmal nichts Neues. Aber das ärgert mich gerade, dass dieses Landwirtschaftssimulator sich doppelt freigeschaltet hat an einem Tag und deshalb gibt es dann halt am Mittwoch keinen Part, der heute ist und erst am Donnerstag wieder Landwirtschaftssimulator. Gut, was kommt noch? Skiregionsimulator habe ich im Moment noch drei Parts auf Lager. Da mache ich erstmal eine kleine Pause, glaube ich. Ich weiß nicht genau, ob wir nochmal aufnehmen können. Dann wird am, ich gucke mal kurz nach, das müsste der 18. sein, Sonntag, der 18. wird ein neues Landwirtschaftssimulator-Projekt beginnen auf einer Australien-Map und mit einem, ja, mit einem Together-Partner, mit dem ich so noch nie auf YouTube Kontakt hatte, sage ich mal, oder mit dem ihr mich noch nie zusammen antreffen konntet. Und ich glaube, das kann ganz interessant werden. Und das wird so ein bisschen, so ein Nebenprojekt kommt auch nicht täglich. Aber, ja, ich glaube, das kann echt auch wieder was Schönes werden. Es ist ein bisschen, sage ich mal, was Lockeres, nicht ganz so, ja, ernst kann man ja auch nicht sagen, das tue, was hier bei uns ernst ist. Aber es ist halt ein bisschen einfach, ne, ja, mehr Lachen, mehr, mehr verrückte Sachen und sowas, mehr entbaggen und nicht so ganz das Hardcore-realistisch und so sind wir zwar hier auch leider noch nicht. Da möchte ich mich ein bisschen hinentwickeln. Aber auf jeden Fall sind wir dann da erstmal, ja, ein bisschen lockerer. Ich sage mal so, da fährt man dann auch mal übers Feld. Das gefällt einigen wieder besser, das gefällt anderen wieder schlechter. Aber auf jeden Fall ist es irgendwie eine schöne Sache. Und, ähm, ich sehe auch gerade, der eine Part hat fast keine Aufrufe, das ist Part 88. Da könnt ihr auch nochmal reinschauen, weil es heute halt kein Part gab, weil gestern zwei kamen. Das ist mir gar nicht aufgefallen, leider. Und das stört mich gerade echt. Das macht nämlich, äh, wieder ein bisschen meine Pläne durcheinander. Und das ist ärgerlich. Gut, ähm, ich werde schon mal gerade nebenbei, ich bin ja jetzt gar nicht im Spiel, ich sehe auch gar nicht, was wir da gemacht haben. Es gab halt nur einige Probleme. Wir mussten den Schlüter-Mod rausnehmen. Dieses Alltimer-Pack, das hatten wir im Verdacht, dass das die Probleme hervorruft, weil wir konnten nicht mehr zusammen Multiplayer spielen. Und das liegt wohl alles im Moment so ein bisschen an dem Beta-Patch und einigen anderen Sachen. Ist alles ein bisschen ärgerlich. Deshalb habe ich ja auch mehrmals mit Markus alleine aufnehmen müssen, weil Carbo nicht reinkam. Und, äh, im Endeffekt hoffe ich, dass alles dann die nächst wieder normale Bahn annimmt, sobald wir den offiziellen Patch bekommen, der dann auch für die Server-Version geht. Darauf warte ich eigentlich die ganze Zeit brennend, weil, ja, ich möchte das Ganze wieder mal an Laufen haben, so vernünftig wieder, dass man vielleicht auch nochmal mit drei Leuten aufnehmen kann. Und wir machen ja doch im Moment riesige Fortschritte. Und das, ach, Mann, ich möchte einfach, dass das Ganze ordentlich läuft. Und es wäre schade, wenn das ausgebremst wird von diesem ganzen Patch. Ich habe sogar schon darüber nachgedacht, das ganze Projekt zu pausieren, bis der Patch kommt, weil wir hatten ja echt arge Probleme. Wir mussten jetzt den Schlüter rausnehmen. Wir werden den, oder wir haben den im Nachhinein dann, das kann ich schon mal verraten. Da haben wir uns nämlich auch in diesem Patch schon drüber unterhalten. Wir haben den verkauft, den Schlüter. Da werden wir bald dann Geld auf dem Konto haben nach einem Patch, nämlich ungefähr 25.000 mehr. Wir haben gesagt, okay, wir verkaufen den an den nächsten Bauern. Der nimmt den für 25.000, weil der ja noch gar nicht so viele gebrauchte Stunden runter hat. Ich glaube, 20 oder so hatte der. Und das ist ja eigentlich für einen Schlepper nichts, gerade für so einen Schlüter. Die sind ja robust. Und ich glaube, der hat 40.000 neu gekostet und wir kriegen halt 25.000 dafür. Das habe ich dann einfach in Safe Game eingefügt, die 25.000. Das finde ich absolut okay. Und ja, wir machen auf jeden Fall Fortschritte. Ich kann ja mal auch eben das Video starten. Ich gammle jetzt hier gerade so ein bisschen im Browser rum beim Nachsynchronisieren. Aber ich werde jetzt mal das Video starten und vielleicht ein bisschen kommentieren, was wir da gerade machen. Wir haben nämlich, ja... Ihr müsstet jetzt gerade mich beim Dreschen sehen, ungefähr. Das Ganze, wir haben hier Gerste gedrescht. Wir haben auch richtig viel Erfolg damit gehabt. Also wir haben gut Gerste angelagert. Wir konnten viel damit verdienen. Wir haben und die 4.000 ja im Moment Barvermögen, sage ich mal. Und da sollten wir auf jeden Fall mal gucken, dass wir weiterhin schön flüssig bleiben und nicht zu viel Verlust machen. Wow, jetzt ist hier irgendwie wieder... Habt ihr das im Moment auch so schlimm? Überall sind Mücken hier. Das ist schlimm. Und dann gerade, wenn man so die ganze Nacht vorm PC sitzt, Videos produziert für den Urlaub und dann fliegen hier immer diese Viecher da rum. Und das riecht einen auf wie sonst was, kann ich euch sagen. Das ist echt die Hölle auf Erden, könnte man fast sagen. Also es stört einfach wirklich. Es ist einfach nicht auszuhalten, wenn die Dinger die ganze Zeit so auf den Armen rumlaufen und so knabbern. Das mag ich gar nicht gerne. Wir haben jetzt noch ungefähr 5 Minuten vom Party, werde ich jetzt auch noch alleine sein. Aber ich werde später die anderen Parts nachträglich synchronisieren, sage ich mal. Und da werde ich mir dann ein, zwei Gäste einladen. Vielleicht wird es ja auch noch was mit mehreren Gästen. Und ja, dann wird es hoffentlich ein bisschen interessanter als mein Gelaber jetzt alleine. Ihr seht ja jetzt quasi hier nur ein nachkommentiertes Gameplay. Und das, ich weiß nicht, ob ihr das so toll findet. Auf jeden Fall ist es mal was anderes. Und es wird auch definitiv kein Dauerzustand. Es müsste, wir haben jetzt Parten 90, 91, 92, 93, 94. Als ich also spätestens am Sonntag oder so müsste wieder ein normaler Part kommen. Und da kann ich euch dann versprechen, ab da schaffen wir was. Also da geht es wieder richtig Vollgas voran. Wir haben jetzt fast 100 Parts. Und ich muss ganz ehrlich sagen, ich dachte immer, boah, die 200 Parts, bis wir da wieder sind, die wir beim alten Projekt hatten. Das sind ja Ewigkeiten. Aber jetzt haben wir ja schon wieder die Hälfte davon. Das ist unglaublich. Und wenn ich euch sage, was ich zum Beispiel von diesem Australien-Projekt, was ich schon auf Platte habe, da habe ich schon die ersten 30 Parts aufgenommen. Einfach, weil das zeitlich sonst irgendwann zu knapp wird. Und das ist, ähm, ja das ist wirklich krass, was ich schon an Videos hier fertig habe. Ich habe aktuell auf YouTube 930 Videos. Ich finde, das ist eine ganze Menge. Und wenn ich mir überlege, dass ich, ja, 30 mindestens auf Platte habe, dann nähern wir uns schon wirklich der 1000-Videos-Marke. Und das finde ich eigentlich, boah, wenn ich mir überlege, dass ich für jedes Video wirklich Minimum eine Stunde hochgeladen habe. Also im Schnitt, sage ich mal, sind wir vielleicht bei zwei Stunden Upload pro Video. Vielleicht sogar etwas mehr. Ja, boah, also ihr könnt euch ungefähr die Dimensionen vorstellen, wie lang ich hier saß und hochgeladen habe. Fürs Encodieren alleine auch, also das umgangssprachlich rendern, ähm, boah, was da an Zeit drauf gegangen ist, das ist echt unglaublich. Aber, ähm, ja dieses Vorproduzieren gefällt mir eigentlich sehr gut, weil ich euch dadurch ermöglichen kann, wirklich zuverlässig Parts hochzuladen. Und, äh, ihr, ja, die Chance auf regelmäßige Videos mehr habt, als wenn ich sage, okay, ich nehme jeden Morgen auf. Dieses, äh, auf Vorrat hochladen ist echt die deutlich bessere Lösung, wenn man, ähm, ja, regelmäßig Videos bringen möchte. Ja, ähm, was gibt es noch zu sagen? Wir müssen immer noch bei der Gerstenernte sein. Das, äh, war eigentlich auch ein ganz wichtiges Thema. Wir haben ordentlich was eingefahren. Dann haben wir später noch Stroh gesammelt, glaube ich. Und dann haben wir alles eigentlich vorbereitet für den nächsten Erntedurchgang. Und der nächste Erntedurchgang, der wird auf jeden Fall richtig, richtig spannend. Da könnt ihr euch schon drauf freuen. Weil danach, da, da wird, denke ich mal, ja, das ein oder andere gute Gerät fällig werden vom Geld her, weil wir uns da wirklich Mühe gegeben haben, richtig reingehauen haben und das Ganze auch ordentlich Geld bringt. Ich freue mich echt drauf. Ähm, und nochmal die Empfehlung, ja, wenn ihr jetzt enttäuscht seid, gestern kam kein Video, dann guckt euch doch Part 88, 89. Die haben beide sehr wenig Aufrufe, weil die gleichzeitig kamen. Und dann einige sich wohl gesagt haben, ach, gucke ich nur 89. Wenn ihr, ja, Tourwax Unterhaltung wollt mit, ähm, Markus müsste dabei gewesen sein bei den Parts, dann guckt euch doch die Parts einfach nochmal an, auch wenn die jetzt nicht mehr ganz aktuell sind. Aber, ja, es geht auf jeden Fall bald voran und da ist vielleicht eine ganz schöne Unterhaltung noch. Ach ja, und was ihr auf jeden Fall gerne machen sollt, empfehlt mir Mods. Also wirklich, ihr könnt mich jetzt zuballern mit Mods, so viel ihr wollt, in Privatnachrichten unter den Kommentaren. Ich möchte gerne mehr Mods haben. Ich werde nämlich jetzt, also ich habe ja schon erzählt, ich habe ganz viele Mods getestet. Die Videos sind noch nicht hochgeladen. Die enkodieren im Moment im Hintergrund, also dieses umgangssprachliche Rendern. Im Prinzip macht man dabei das Video, ja, man komprimiert es auf Kosten der Qualität. Die Kosten möchte ich möglichst klein halten. Deshalb lade ich auch ein Original hoch und, ja, das ist einfach, ich möchte euch schöne Mods bieten, weil da kommt im Moment einfach extrem viel bei mir an Anfragen. Ja, wie findest du denn das und das? Wie findest du denn das und das? Und das möchte ich jetzt einfach mal in Form von Videos beantworten. Und das ist mir ganz wichtig, dass ihr da vielleicht ein bisschen sagt, was ich denn, zu was ich denn meine Meinung abgeben soll, was ich euch vielleicht vorführen soll, ob ihr das euch dann runterladen sollt, was, ja, das ist es eigentlich. Sagt mir, was ihr denn mal gerne sehen wollt, mehr oder weniger. Und die nächsten Parts, ich werde mir wahrscheinlich, es sind jetzt noch drei Parts, die ich nachträglich mit Themen voll quatsche. Davon werde ich mir im nächsten Part einen bestimmten Gast suchen, der dann mitkommentieren wird, damit ich, ja, einfach hoffentlich ein interessanteres Gespräch habe. Oh, jetzt fährt hier gerade die Feuerwehr oder Krankenwagen. Ich glaube, das ist Krankenwagen, oder? Vom Geräusch her. Das war jetzt aber laut, ja. Okay. Hört ihr das immer noch? Also ich höre es noch, aber ihr glaube ich nicht mehr. Naja, ich sage dann mal Tschüss und wir sehen uns dann beim nächsten Video auf meinem Kanal. Und viel Spaß beim nächsten Part.